Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist soweit. Es ist heute ein Champion. Es ist Champions League. Heute vierte Finale. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mannschaften sind noch dabei. Diese acht Mannschaften sind so ein Jugendclub. Ladies and gentlemen, welcome to the guys. FC Liverpool and FC Porto and Manchester City and Tottenham Hotspur. Morgen begrüßen wir Ajax Amsterdam, CR7, Juventus Turin, deswegen meine ich auch CR7, Cristiano Ronaldo, Manchester United und FC Barcelona. Leute, heute sind vier Spiele, äh zwei Spiele, morgens sind zwei Spiele. Meine Spielanalyse und meine Ergebnisse, ähm, ja, kriegt ihr jetzt alles mit. Liverpool muss heute gegen Porto um 21 Uhr, wie auch morgen um 21 Uhr sind die ganzen schönen Spiele. Liverpool, Liverpool, genau, Liverpool gegen Porto, alter Schädel, Leute, ey. Okay. Dafür erstmal ein Bierchen. Prost. Ach, die sind ja nämlich dabei. Aber ja. Wir haben gegen Liverpool verloren. Aber noch fünf Mal gegen Dortmund gewonnen. Egal, Leute, egal. Es scheiß drauf jetzt auf die Leute, die nicht mehr dabei sind. Wir sind ja auch die besten Vereine und es ist gar kein Deutscher mehr dabei. Also, wir haben einen deutschen Trainer. Jürgen Klopp. Klopp, der damals bei Dortmund war. Also, Leute. Leute, jetzt geht's los. Liverpool gegen FC Porto. Mein Tipp ist für Liverpool 3 zu 1. Ich schreibe unten noch meine Ergebnisse hin, auch wer gegen wen spielt. Und dann könnt ihr doch mal in den Kommentaren jetzt noch hinschreiben, für wen seid ihr und wir sehen es dann heute Abend. Und genau, dass man Tottenham, Hotspur gegen Manchester City. Juh, da bin ich für Manchester City, Leute, weil die sind gar nicht so schlecht im Moment. Ich würde mal sagen 2 zu 0 für Manchester City. Pep Guardiola, wir haben einen coolen Spieler mit zwei anderen coolen Spieler. Ilya Gündogan, der damals mit Siegler Sainz-Former. Und wir haben Salif Sané, auch ein guter Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben ja 7-0 gegen Schalke gewonnen. Salif Sané ist alter Verein. Dann kommen wir zu den Partien für morgen. Dann werde ich auch schon meine Tipps heute abgeben. Und ihr dürft natürlich auch eure Tipps unten in die Kommentare schreiben. Ja, das wird cool. Ajax Samstag, Human Historian. Oh, das kann echt spannend werden. Und ich glaube, Human Historian gewinnt 1 zu 0. Bin mir da, ist das. Dann haben wir noch Manchester United gegen... Das wäre ja so cool, wenn Manchester City gegen Manchester United trifft. Egal, wir haben heute zwei englische Spiele, Leute. Einmal Liverpool-Hain und einmal Tottenham malen. Tottenham und Liverpool-Issen, die alle in England. Ja, ich würde mal sagen, that's my heart. Gegen FC Barcelona. Barcelona natürlich eine Top-Mannschaft. Die will ins Finale kommen, Leute. Die will ins Finale kommen. Sind im Moment erste auch in ihrer Liga in Spanien, in der La Liga. Und ja. 4 zu 0 für Barcelona, sag ich, Leute. Ihr könnt eure Tipps, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr da irgendwas hinschreibt. Ja. Und... Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann für einen neuen Daily Blog. Ähm, ja. Ich wollte noch was absagen. Ähm... Daily Blog morgen wird noch live online kommen. Aber der Tag danach. Ich werde nämlich meine Weißhalsdäne gezogen bekommen. Und ich denke mal nicht, dass ich dann so gut reden kann. Ich kann es auch vielleicht vorher oder nachher nochmal irgendwie was versuchen. Wollt, was ehig war. Ähm, ja. Wir sehen uns dann wieder, Leute. Peace up. Und... Tschüss und habt einen schönen Schimmelsklickspieltag.